Hm, du siehst aber nicht aus wie ein Bot. Okay, Spaß beiseite, ich bin Donald204 und es gibt eine kleine Streamplan-Änderung. Wir werden diesen Samstag wahrscheinlich Simmatriarch spielen. Da ist jetzt eine Demo, eine Beta-Version verfügbar bis 28. Februar und die würde ich gerne mit euch spielen, komplett for free logischerweise. Und das würde ich mit euch Samstag, 21 Uhr machen. Wenn ihr mitspielen wollt, weil ich brauche da doch ein paar Spieler, wenn ihr mitspielen wollt, schreibt in die Kommentare, ich bin kein Bot. Also einfach hier, ich bin kein Bot. Okay, schreibt das so in die Kommentare, dann weiß ich, dass du mitspielen willst. Und wir brauchen um die 10 Spieler. Also bis zu 10 Spieler wäre natürlich schön, wenn wir 10 zusammenkriegen, aber 6 würden mir auch reichen. Ich zähle ja auch noch mit. Dementsprechend brauchen wir eigentlich technisch gesehen, würde ich sagen, 5 Spieler, damit das dann eine volle Runde wird. Aber worum geht es überhaupt? Worum geht es überhaupt? Ganz einfach, einer von uns übernimmt die Rolle der Matriarchen und die anderen Spieler übernehmen die Rolle der Nonnen. Aber es gibt auch Bots und die übernehmen auch Rollen der Nonnen. Und die Matriarchen muss herausfinden, welche Nonnen die Spieler sind und diese dann töten. Die Nonnen müssen versuchen, möglichst unauffällig zu sein, dass sie wirken wie Bots. Aber müssen gleichzeitig versuchen zu fliehen und einen Tunnel zu graben. Das Ganze kann man sich bewegt in einem Trailer angucken. Das können wir kurz mal einblenden. Dann versteht ihr das Ganze vielleicht besser. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Unten könnt ihr das Ganze dann runterladen, wenn ihr das möchtet. Ich habe das Ganze schon runtergeladen und ich wäre bereit, diesen Samstag, 21 Uhr, kann es eigentlich losgehen. Also ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Wichtig, wir brauchen ein paar Spieler und ich würde gerne was mit euch zusammen zocken. Also, why not? Warum nicht das Spiel? Wirkt auf jeden Fall ganz lustig und man kann es ja mal ausprobieren. Ist for free. Und sieht wirklich witzig aus. Also ich habe wirklich Bock. Gut, dann danke fürs Zuhören. Und wenn nicht genug Spieler zusammenkommen, also wenn sich jetzt nicht noch fünf Leute melden, damit wir wenigstens sechs Spieler zusammenkriegen, dann würde ich dann doch Elden Ring spielen. Aber ich denke mal, sechs Spieler bekommen wir auf jeden Fall zusammen. Auf jeden Fall. Also Tschüssi, bis Samstag, 21 Uhr. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.